Wir haben Freitag. Das bedeutet, wir machen wieder ein First Try Friday. Jo. Geh los. Hi, wir machen auch ein Downrills über die Hips. Quasi das, was ich letzte Woche gemacht hab. Nur im kleinen. Nein. Ich mach einen Ohren von dem Vulkan in die Landung von der Box. Ich probier einen 72 über die Hips. Ich fange das. Ich schreibe den. Da ist die Hips. Höhöhöhö